Ah, hallo Claude! Lust auf einen Kaffee? Äh, nein. Claude! Uh, Claude! Der hat mir gerade noch gefehlt. Unsere Schwiegersöhne, sie treten einem überall auf die Füße. Du wolltest doch, dass sie in unserer Nähe wohnst. Mag ja sein, aber jetzt reicht's. Vergiss nicht, dir den 17. Juni abends freizuhalten. Ach ja? Ich spiele Jesus. Du? Ja. Aber Jesus war doch nicht. Sind sie nicht süß, die beiden? Wie lange sind sie verheiratet? Es werden jetzt bald... 40 Jahre, am 18. Juni. Das wäre eine sehr gute Gelegenheit für ein Treffen der gesamten Familien. Was heißt mit allen Familien? Na ja, eure. Das wird ein Gemetzel. Hallo? David, dein Vater treibt mich in den Wahnsinn. Lass uns los. Lass uns los. Wir kommen nicht nach Frankreich, nein, nein. Die Tür war schon. Die hat doch 5 Dollar. Du hast meine Eltern angerufen? So eine kleine Jam-Session auf der Feier wäre doch hübsch. Have a love. Why, baby, we'll travel. Have a love. Nur noch 7 Minuten! Katastrophe. Lass uns je nicht rein! Die Chinesen haben unser Zimmer. Wir haben die Zimmer per Los verteilt. Und du und Mama schlaft in der Jurte. Was? Das ist doch wunderbar. Ruhe! Geht zurück in eine Jurte! Gefällt es euch? Ganz gut. Aber kein Vergleich zu Jerusalem. Der Spaß ist jetzt endgültig vorbei. Ein ganzer Haufen an Sozialfällen dank unserer Schwiegersöhne. Nein, 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 nein! Was haben wir dem lieben Gott nur angetan? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es die Bilder oder die Radieschen sind, aber mir ist übel. Normalerweise macht er das nie. Das muss am Bild liegen. Untertitelung im Auftrag des ZDF.